Viele von euch kennen Tami Strohnach. Erinnert ihr euch noch an die Kaiserin aus der unendlichen Geschichte? Das war Tami Strohnach. Und heute Tami als Schlagersingerin. Leider kann sie bei uns hier nicht im Studio sein, weil sie nicht so besonders gut in der Schule ist. Und haben ihre Eltern gesagt, es ist besser, sie bleibt in Amerika und kommt jetzt nicht nach Deutschland, um ihre Schulnoten ein bisschen aufzubessern. Wir sehen sie hier als Video. Tami Strohnach, Fairy Queen. Wir sehen sie hier als Video. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. D Untertitelung des ZDF für funk, 2017